So, hier die Affen. Affen und Hunde. Die Affen haben sich dieses Häuschen hier. Da sind noch mehr. Ach, da ist die ganze Affenfamilie. Ach, wie süß. Und da sind junge Hunde. Junge Hunde, Affen, alles. Spielplatz der Affen. Die sind oben auf dem Wellbechdach. Ups, da höre ich die Affen. Ich gucke mal. Ob ich sie nochmal sehe. Ja, es ist hier irgendwie so ein halb verlassenes Häuschen. Aber die haben gar keine Lust auf Menschen. Wenn ich so, ach, sie sind alle weg. Haben sich alle... Haben sich alle versteckt. Ah, ich möchte sie schon mal in der Hände sein. Also, wenn ich es ist, kann man auch nicht die Theater. Ich möchte sie jetzt mit der Hände sein.